so dann gehen wir wieder in unsere höhle da gehst du wieder meinen ja nee eigentlich ja nicht wirklich ich hole obsidian und dann vielleicht bin ich ja allerdings machst du zauber zauber ja fehlen aber noch acht bücher egal oder so du kannst ja eventuell dazu während dessen wenn du gerade mal und bist hast du weizen bisschen können es ja vielleicht die kühe da liebe machen lassen vielleicht darf ab und zu nicht keine zeit recht ab und zu mal wir haben gerade ein paar auf jeden fall damit alle schön viele kühe drin sind so jetzt hoffe ich verlaufe ich mich nicht weder ich hoffe ihr wisst wo ich rein wollte ja genau da da wurde ganz obsidian scheiß war so genau sehr schön ah ja gut da muss ich mich wieder kurz runter fallen lassen das ist sehr hoch da muss ich auch mal besser gedacht offen party faktisch spitzhacken machen sollen neue aber ich wollte ja nicht so wirklich meinen ja das geht dann geht es hier lang sehr schön ja ich weiß das natürlich noch weil wir immer noch an dem tag aufnehmen so sonst hätten wir das nicht gemerkt da war uns das spawner genau dann geht es da rein und dann glaube ich irgendwo darunter ja acht weizen habe ich dann will ich aber auch alle beteiligt werden an dem fleisch ja natürlich das gleich ganz gut erholen von nur leder ja das ist mir egal mach ruhig explodiert da war ich noch gar nicht drin für 23 gucke ich mal kurz rein das sind zwei zombies ja ich kann die 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 hier jetzt moppeln lassen und kann dann alle töten bis auf zwei ja macht das mal ja hauptsache zwei sind noch da gut jetzt will ich doch als nicht aber ich kann ja noch gar keinen bock auf making ja nicht alle weil ich habe die ms also war als erst nach dem liebe machen müssen genau da bin ich da sind wir richtig okay das ist jetzt schneller weg ich bin irgendwie in umweg gegangen mal da war ich nämlich noch nicht wirklich das eisen kann ich mir irgendwann holen ich will jetzt nur obsidien und und da sind jemanden hier habe ich auch übersehen naja gut da war ich auch nicht wirklich so wie machen wir das ja aufpassen jetzt mal dazu machen mag ich nicht so stellen da rutscht man gerne mal rein jetzt haben die kleinen schafe keine eltern mehr aber ist okay die schafe die kühe eckte ja natürlich ehrlich so jetzt muss ich aufpassen konsole an durch die kunden beginnen deine mutter stimmt wie ein ekliges kind ja zwei diamanten ich gucke noch mal ein bisschen hier rum das ist schon fast die spitzhacke wo ich gemacht habe man weiß ja nie manchmal findet man echter noch diamanten so geht es mir meistens habe ich ja anscheinend nicht welche war das ja da findet man die dinge durchgang was okay wie mache ich das jetzt das wasser muss weg also gleich viel mehr so so irgendwie machen die dinge die dinge irgendwie so war das doch oder das soll keine erde mehr davon unten zu machen dann läuft das dann über die waren das noch mal also richtig ich kann auch so zu machen ich habe habe ich das nicht gesehen tut mir leid hey das mich du gett so dann gucken wir mal ja das geht so er kann jetzt wieder ein bisschen dauern und langweilig werden mit einer normale diamant spitzacke obsiden abzubauen dauert auch nein da war aber ich habe es krass noch sein gesammelt habe doch da reingeguckt ich habe toll das jetzt er spinnert hier die stelle sie wollen aber das auch klar hola ist böse lawe ist böse das ist das doch gehen oder eigentlich ob das ist safe die oder ich hoffe es doch dumm die drei vier bau für den zaubertisch und unten drei ja nun mal schon ja das das ist überall aber äh das ist überall aber überall aber übel wie viel kobbel äh wie viel stone ich da brauche wie viel stone ich da brauche fuck wie mach ich denn das ist echt eine behinderte Stelle hier obsiden zu holen vielleicht hier besser ich glaube es eher weniger weil so klar sagt man wie mache ich das vielleicht hinten hier ja da ist ein cave leckte die kämmer wo ich brauchst ein stone clean ne einfach nur zum lava weg machen und so ich hab mir fast nichts mitgeholt also hier ist scheißegal oder er dann irgendwas so ich hoffe dass da keine laber drunter ist ich werde mich mal so ran dass ich nicht reinfallen aber vielleicht das ding noch einsammeln ok und direkt wieder zu machen das geht doch so es wird nach ich kann jetzt nicht schlafen gehen weil ich bin im case schade und sonst so ach du man lebt ne man lebt ja wow das habe ich jetzt nicht eingesammelt gehabt schade da wäre der gute alte dan jetzt fast gestorben du weh ich sehe es kommt dass ich hier auch sterbe weil er ist echt behindert was ich hier mache das ist überall lava ok ich hab vier mehr brauchen wir nicht oder drei unten eins in der mitte oben drüber ein buch zwei diamanten ich habe keine ahnung was du redest äh ein veneter portal brauchen wir im moment noch nicht gehen wir natürlich auch irgendwann rein also nicht part 100 kann man ja früher machen hat man ja in letzter staffel schon gesehen ist ja jetzt nichts besonderes mehr sowieso eigentlich nicht aber es gibt ja jetzt neue sachen da ja ja quaz oder so ein scheiß oder wie keine ahnung ich kenne mich damit hier aus keine ahnung tatsächlich ich kenne mich damit ja ich weiß ich kenne mich auch mit so updates und ich informiere mich da nicht so ist das scheißegal wie gesagt nur der trichter von dem trichter habe ich gehört das soll ganz cool sein der ist mir auch kaffee das latte ah mu 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 ah hallo ich geh mal da hoch im moment verlaufen mich äh oder ne von da bin ich ja gekommen oder ok ich hab immerhin zwei diamanten wo ist denn der weg nach draußen war das hier wow das war zu schnell wo war denn der weg warte ich hier nein wow bei mir leiten leigt sich da gerade irgendwie alles dem ende zu verfweekt wie jetzt brauche coole und und stone ja cola kannst du von mir aus der kiste holen cola hab ich gewonnen so viel hast du glaube ich nicht ich hab theme stacks oder so bitte theme stacks oder so keine ahnung oh oh ja ich muss erst warten bis äh die helligkeit nicht auftut ah ich komm hier das ist doch schon weiter weg am besten hätte ich mir da hätte ich mich da hoch gekramt damit ich nicht immer den langen weg da laufen muss bin ich hier überhaupt richtig äh ja oder ja chillig das eisen holen wir uns noch mit so so eisi meisi das ist ja immer schlimmer mit dir sag mal ja keine ahnung tut mir leid soll ich aufhören zu reden ja bitte ok so so mein neues let's play jetzt hier hier das nur auf gunas kanal weil ja weil klingt auch lustig und äh ja ich mach das jetzt hier alleine am besten ich weiß nicht ob das möglich ist mach mal einfach mein bildschirm jetzt mal auf groß damit der wuner unten rechts und mini klein in der ecke ne ja und sonst so bei euch äh sagt doch auch mal was oh jetzt könnte sein dass ich bald weg bin denn es ist die berühmte uhrzeit 3 uhr ach so und äh da resettet sich gerne mal mein router ich rede jetzt einfach mal weil ich kann nicht mehr nicht reden das liegt nicht in meiner natur meine ne 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 ich hab mich verlaufen schon wieder wenn du mich nicht mehr hören solltest dann sag einfach mal ich hör dich nicht mehr ja ich hör dich nicht mehr ich hör dich nicht mehr ich hör dich nicht mehr jetzt wieder? ja ahja ok ich hör dich nicht mehr wo ging's denn raus? ah sodala sodala und schon wieder hochgraben yeah mit was denn? mit nix geiler scheiß geiler geiler schluckt ich bau mir da jetzt ne treppe hoch weil ich denke dass ich da öfters öfters hochgehe da ist irgendwo ein zombie was haben wir denn da? nix geil auch gut auch ihn kaputt junge was haben wir denn da? nix auch gut da ist irgendwo wasser gewesen ich grab mich mal durch weil ich oh das wasser ist aber sehr nah oh da ist kies da kommt ein bisschen wasser raus oh was haben wir denn da? oh wo sind wir denn da? oh da ist sogar ne öffnung geil da muss ich nicht immer runterspringen haha eine öffnung da lacht der daniel er steht auf öffnungen das wird von mir erwartet erwartet wartet ok gut zu wissen dann gehe ich da so hoch versuche nicht zu schermen ich hasse wasser hoch zu schwimmen hab ich das schon mal gesagt er dauert in der weile und du bist auch da nicht sehr talentiert drin talentiert? talentiert ja genau aber hat oh fuck ich bin nur unter Wasser ah hat's doch Funktionagelt ja da dann reinspringen und dann kommt man da hin aber wo bin ich jetzt? ist das unser Berg? das ist unser Berg? das ist unser Berg Andrea Berg ist ja ein Creeper in deiner? jetzt will ich mal eine Schallplatte holen zufälligerweise ein Creeper nur Zombies Creeper Creeper? Herr Creeperschnitze wo ist das unser Berg? wo ist unser Berg? was heißt unser Berg? ja also wo wir gebaut haben da hinten? hä? da wo wir unser Haus drauf gebaut haben was heißt unser alter? nein da wo wir jetzt unser Haus gebaut haben die Berge was heißt das? achso jeder hat ja seinen eigenen Menschen ja 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 ah da war der Eingang ah 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 ah